Der Klimawandel ist leider auch in unseren heimischen Wäldern angekommen. Welche Probleme der Wald dadurch bekommt, haben wir euch im ersten Teil unseres Videos gezeigt. Jetzt erklärt euch Förster Fabian Ernst, wie man auf diese Veränderung reagieren kann, um den Wald trotz allem fit für die Zukunft zu machen. Du hast uns jetzt sehr klar gezeigt, dass der Klimawandel wirklich auch bei uns hier direkt vor der Haustür angekommen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert man da drauf? Und ich glaube, man sieht es hier, wir stehen hier mitten in einer Gegenreaktion oder sieht es ein bisschen aus wie ein Kindergarten, Baumkindergarten? So könnte man das auch nennen, ja. Also wir versuchen halt gerade in Waldbeständen, also in Wäldern, wo eh schon sehr wahrscheinlich anfällig sind für Klimawandelschäden oder Trockenschäden auch, schon früh Verjüngung. Das heißt, junge Bäumchen, die von Natur aus wachsen, unten drunter zu haben. Das heißt, wenn der alte Bestand, also die alten Bäume vielleicht doch irgendwann sterben sollte, dann haben wir schon die neuen quasi in den Startlöchern und unser neuer Wald ist eigentlich direkt bereit, um direkt wieder zu wachsen. Bleiben die Bäume jetzt hier auf diesem Standort oder nehmt ihr sie dann und pflanzt sie irgendwo anders im Wald aus? Die bleiben jetzt genau hier. Die stammen auch direkt von den alten Eichen, unter denen wir gerade stehen. Und da haben einfach die Eicheln, das heißt, die Früchte von der Eiche, die sind hier alle runtergefallen und sind hier einfach gekeimt und aufgewachsen. Und das ist jetzt das Ergebnis, dass sie hier alles so dicht stehen. Ja. Wie alt sind die? Fünf, sechs Jahre könnten die schon haben. Also wachsen sie auch relativ langsam? Bäume wachsen langsam, wenn sie, das Wichtigste ist, vor allem gerade in jungen Jahren bei der Eiche, dass sie Licht hat. Und wir setzen halt hier auf die Eiche, weil das halt eine Baumart ist im Klimawandel, an der wir hoffen, dass sie besser mit den trockeneren und wärmeren Temperaturen zurechtkommt. Deswegen hat man jetzt hier vor allem auf diese Baumart gesetzt. Und hier wird dann später einfach ausgedünnt, weil so viele Bäume sind wahrscheinlich ein bisschen viel für einen Standort? Natürlich. Hier wird am Anfang stehen die alle sehr dicht hier, aber später muss man einfach auch wie einzelne Exemplare entnehmen, weil wir halt auch das Ziel haben, dass die Bäume nicht mehr so hoch werden sollen wie früher. Das hat man ja auch schon. Je höher der Baum, desto schwieriger ist, das Wasser bis nach ganz oben zu transportieren. Wenn man einfach schon früh einzelnen guten, also gesunden Bäumchen Platz macht, haben es die einfach später einfacher zu wachsen und werden auch gar nicht mehr so hoch. Weil sie sich einfach ausbreiten, oder warum werden sie nicht so hoch? Bäume haben ja immer den Drang, zum Licht zu kommen. Das heißt, je weniger Licht, desto mehr versuchen sie sich irgendwie nach oben ins Licht rein zu wachsen. Aber wenn man halt frühzeitig um Bäume, sag mal ab einer Höhe von zwischen 10 und 20 Metern Platz macht, wachst die Krone dann schon direkt in die Breite. Das heißt, mehr Krone ist mehr Blattmasse und mehr Blattmasse heißt eigentlich gleichzeitig, ich kann besser wachsen. Je mehr Blätter, desto größer ist der Motor von dem Baum. Diese kleinen Bäumchen hier sind jetzt eingezäunt. Warum? Das hat den Grund, wir haben hier Rehe im Wald und die Rehe ernähren sich vor allem von den jungen Trieben und Knospen der kleinen Bäumchen. Und die Rehe sind wie wir auch, das sind Feinschmecker. Die wollen auch ab und zu mal was anderes essen. Gerade die Eiche oder auch andere Baumarten, die einfach nicht so häufig ist, essen sie leider besonders gerne. Und je mehr halt dieses Bäumchen immer wieder hier oben abgebissen wird, das hemmt ja dann auch wieder den Zuwachs. Und irgendwann wird halt kein Baum draus, sondern mehr ein Busch. Deswegen hat man hier diese Fläche eingezäunt, damit man einfach das Reh hier draußen halten kann. Und gerade halt diese verschiedenen Baumarten wie die Eiche oder auch andere Mischbaumarten, die wir haben, das sind halt gerade die, die wir im Klimawandel brauchen. Die Buche ist relativ wenig anfällig für Rehwildverbiss, aber man hat vorhin eindrücklich gesehen, was mit der Buche passieren kann. Deswegen sind wir so sehr auf diese anderen Baumarten hier angewiesen. Wir befinden uns jetzt hier knapp 20 Zentimeter außerhalb vom Zaun und man sieht schon einen deutlichen Höhenunterschied im Vergleich zu gerade eben, wo wir noch dazwischen gestanden sind. Und hier sieht man ganz gut, was passiert, wenn wir es halt leider nicht schützen. Hier sieht man immer wieder diese abgefressenen Triebe. Und wenn das halt zu oft passiert, hat es das Bäumchen halt sehr schwer hochzuwachsen und es verbuscht oder stirbt irgendwann auch komplett ab. Hier sieht man jetzt noch eine weitere Maßnahme von euch. Hier drüben ist auch eine größere Freifläche entstanden, einfach dadurch, dass die Bäume dort abgestorben sind. Und dort haben wir jetzt die Chance genutzt, auch andere Baumarten, die vielleicht im Klimawandel besser zurechtkommen, wie die, die aktuell bei uns schon vorkommen, einzubringen. Welche Bäume habt ihr hier? Also hier ist jetzt vor allem Eskarstani gepflanzt. Die kommt mit den neuen Klimabedingungen bisher sehr gut zurecht. Aber es ist natürlich auch andere Bäume. Hinten ist es ein bisschen feuchter. Da haben wir da zum Beispiel Erle eingebracht, einfach um die Baumartenvielfalt bei uns zu erhöhen. Wir wollen nicht nur auf eine Baumart setzen, weil wenn diese eine Baumart dann Probleme bekommt, dann haben wir am Ende gar keinen Wald. Deswegen versuchen wir auf möglichst viele verschiedene Dinge zu setzen, also verschiedene Baumarten, damit hoffentlich am Ende ein paar es schaffen. Du holt ja auch Bäume, die eigentlich nicht hier heimisch sind, neu dazu? Ja, natürlich. Wir haben Prognosen, wie unser Klima sich in Zukunft hier verändern wird. Also wir entwickeln uns Richtung submediterranes Klima hier in Süddeutschland. Und wir versuchen auch gerade aus solchen Regionen schon Baumarten einzubringen. Das wäre zum Beispiel Südfrankreich, Italien. Die Pflaumeiche wäre da so ein typischer Vertreter. Allerdings haben wir da bisher recht wenig Erfahrung, deswegen wird es bisher nur versuchsweise gemacht. Also das ist es noch nicht, dass diese Baumarten flächig überall gepflanzt werden. Das sind wir gerade am ausprobieren. Also muss man wirklich testen? Kann man nicht sagen, das ist jetzt die Lösung, das machen wir? Nee, also bevor wir solche Baumarten flächig einbringen, werden Versuche gemacht und guckt, wie sich die Baumart einfach erstmal bei uns verträgt, ob sie mit den Standorten zurechtkommt, aber auch wie sie in unserem Ökosystem zurechtkommt, dass da vielleicht wir keine invasiven Arten bei uns einbringen, die dann vielleicht andere Arten verdrängen. Wir sind jetzt ein bisschen querfeldein wirklich mitten im Wald reingelaufen. Hier ist es richtig schön urig. Ja, wir befinden uns hier in einem sogenannten Waldrefugium. Das heißt, hier sind wir jetzt wirklich in einem Wald, der komplett unbewirtschaftet wird. Also wir sind jetzt hier auf einer Fläche von ca. 8 Hektar. Das entspricht ca. 11,5 Fußballfeldern, dass man sich das mal ungefähr vorstellen kann. Und hier hat man jetzt einfach sich dafür entschieden, Natur sein zu lassen und einfach zu schauen, wie entwickelt sich die Natur ohne den Menschen. Und? Wie macht sie das? Ja, man muss dazu sagen, das ist jetzt noch nicht hier so lange ein Waldrefugium. Man hat hier auch früher bewirtschaftet, aber man sieht schon deutlich, es sind sehr, sehr viele Naturstrukturen, also naturschutzfachliche Strukturen da, wie zum Beispiel Spechtlöcher, die wir vorhin gesehen haben, verschiedene Kronenabbrüche, wo dann wieder Pilze oder Insekten sich einnisten können. Einfach für die Natur ein sehr, sehr wertvoller Lebensraum. Aber ich habe jetzt hier ganz viele Nummern auf den Bäumen gesehen. Was bedeuten die? Ja, man hat sich hier einfach vorab die Mühe gemacht, mal sämtliche Bäume zu suchen, die auch gewisse Habitatstrukturen haben. Das heißt, irgendeinen Lebensraum für verschiedene Tiere und Pflanzen bieten. Und die hat man einfach mal alle durchnummeriert und gezählt und einfach dann am Ende zum Schluss gekommen, dieser Wald ist hier für die Natur so wertvoll, dass man einfach gesagt hat, man lässt hier jetzt einfach mal die Natur sein. Und wo sieht man jetzt hier den Unterschied, gerade auch in Bezug auf den Klimawandel? Ist es anders als im Wirtschaftswald? Man sieht hier genau die gleichen Trockenschäden im Wald, wie wir auch vorhin schon auch angeguckt haben. Also hier tut der Klimawandel auch sein Übriges. Und kommen hier auch von alleine wieder Bäume hoch? Natürlich. Aber hier dauert alles etwas länger. Wenn wir im Wirtschaftswald sind, können wir dann natürlich etwas mehr nachsteuern, wie zum Beispiel durch Pflanzen oder halt durch Eingriffe, dass halt einfach mehr Licht auf den Boden kommt, dass halt die Waldverjüngung von alleine hochkommt. Aber hier ist es einfach alles etwas langsamer. Gut, da oben kann ich dir auch noch mal was zeigen. Sollen wir mal ein bisschen genauer hingehen? Laufen wir hin, oder? Meinst du den abgestorbenen Baum? Genau. Man sieht jetzt hier auch schon die Krone, die hat jetzt auch keine Blätter mehr. Hier sieht man auch wieder super, dass die Trockenschäden nicht nur in bewirtschafteten Wäldern greifen, sondern auch in die ja stillgelegten Wäldern einfach zuschlagen. Diese Buche hat auch einfach wieder zu wenig Wasser bekommen und ist jetzt einfach abgestorben. Wir machen hier gar nichts. Und das ist einfach ein eindeutiges Indiz. Es liegt nicht an der Bewirtschaftung der Wälder. Das ist wirklich der Klimawandel, der hier einfach uns wirklich zu schaffen macht. Und gibt es irgendwas, was jetzt jeder von uns tun kann für den Wald? Hast du da einen Tipp für uns? Das Einfachste, was auch wirklich jeder machen kann, ist einfach, seinen Müll, den man vielleicht hat, einfach wieder mit nach Hause zu nehmen und nicht in der Natur zurück zu setzen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Wald, sondern auf überall, wenn man draußen unterwegs ist. Oder natürlich auch, wenn man vielleicht den Müll da gar nicht hingeschmissen hat, aber es sieht, einfach mitnimmt und zu Hause in den Müll einmal schmeißt. Ich glaube, das sprichst du aus Erfahrung, oder? Ja. Wie ist es mit Bildungsangeboten jetzt von euch Förstern? Weil wenn man besser informiert ist, kann man natürlich auch besser auf Sachen achten. Wir vom Forstam bieten verschiedene Informationsveranstaltungen an. Also wir haben ein Jahresprogramm. Das heißt, ab in den Wald findet man auch auf der Website vom Rhein-Neckar-Kreis und am Forstamt, da sind verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Blätterbestimmungen, Nachtwanderung oder ähnliches, wo einfach jedermann sich anmelden kann. Das ist auch alles kostenlos. Und gerade für Schulklassen haben wir nochmal ein ganz spezielles Angebot, das auch durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Das heißt, wir bieten waldpädagogische Veranstaltungen für Schulklassen an. Super. Da kann man einfach als Lehrer dann nachfragen beim Forstamt? Genau. Also entweder direkt aufs Forstamt von uns zukommen oder es gibt auch die Waldbox-Webseite. Da hat man eine Übersicht über die ganzen Programme und Themen, die wir so anbieten. Sei es Tiere, Klima oder auch der Boden. Und da kann man einfach sich mal informieren. Und da ist dann auch ein Anfragetool, wo man seine Postleitzahl eingibt, wo man dann direkt auch zum richtigen Ansprechpartner geleitet wird. Auf jeden Fall eine super spannende Sache. Ja Fabian, vielen Dank, dass du uns hier rumgeführt hast und so viel gezeigt hast. Sehr gerne. Es war sehr spannend, zum Teil auch ein bisschen erschütternd zu sehen, wie der Klimawandel wirklich schon direkt hier bei uns angekommen ist. Aber ich glaube, wir werden jetzt, also ich auf jeden Fall und ihr sicherlich auch, einfach mit anderen Augen durch den Wald laufen und ganz viel wahrnehmen können. Ja, unser Wald wird sich in Zukunft einfach verändern durch das Änderung des Klimas. Das werden wir nicht aufhalten können. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass unser Wald einfach vielleicht in Zukunft etwas anders aussieht. Wahrscheinlich lichter wie jetzt, aber das gehört dazu. Aber der Wald wird weiterhin bei uns noch vor Ort sein. Das hört sich doch sehr gut an und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von euch und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Untertitelung des ZDF, 2020